Gut, dann herzlich willkommen zum SB Tutorium am 8.12. Wir haben mittlerweile Aufgabenblatt 8 vor uns und da kommen jetzt doch noch einzelne ein wenig nach. Genau, wir haben einen bunten Mix an Themen. Wir haben kanonische Formen, die wir uns angucken werden. Wir werden ein wenig auf Schaltung gucken, beziehungsweise eigentlich, wie man bestimmte Funktionen nachbilden kann und wir werden heute das erste Mal uns mit KV-Diagramm beschäftigen. Starten wir aber einfach einmal mit dem Thema kanonische Formen. Also wir haben gegeben eine Funktion. Für unser Beispiel nutzen wir jetzt einfach mal hier im Tutorium nicht A oder nicht B und nicht C und daraus soll eine DNF umgewandelt werden. DNF steht für disjunktive Normalform und wisst ihr, wie dann so eine disjunktive Normalform am Ende aussehen muss? Welche logischen Verknüpfungen haben wir da zwischen einzelnen Termen? Disjunktiv. Könnt ihr euch vielleicht schon einen Tipp geben? Disjunktiv. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht Latein gemacht hat. Also es gibt disjunktive Normalform und konjunktive Normalform. Zu Konjunktiv kommen wir gleich danach. Disjunkt ist, hat man vielleicht auch mal irgendwie gehört, so in anderen Bereichen wie du disjunkt im Bereich auf Knochen oder ähnliches. Das ist also entfernter, das ist loser voneinander. Konjunktiv ist verbundener. Das heißt, wir müssen hier gucken, am Ende brauchen wir auf der Ebene zwischen unseren Termen, die als große, also zwischen den einzelnen großen Termen brauchen wir die oder Verknüpfung, weil wir bei disjunkt sind. Das zweite, was wir hier haben, ist, dass wir über kanonische Normalformen reden, die wir erstellen sollen. Was ist das Wichtige an der kanonischen Normalform? Könnt ihr euch da irgendwie, könnt ihr da was zu sagen? Ein Unterschied zwischen der disjunktiven Normalform und der kanonischen, ja genau, man könnte sagen, nicht minimiert. Das Wichtige ist, dass wir in jedem Term, in dem Finalen, was wir haben, dass wir in jedem Term, den wir mit einem oder verknüpfen, alle Eingangsvariable mit drin haben. Das heißt, wenn wir jetzt die drei Variablen haben, A, B und C, dann muss in jedem Term ein, also sowohl A, B und C vorkommen. Und die Frage für uns dann eben ist, ist dann jeweils der Term negiert oder nicht negiert, die Variable negiert oder nicht negiert. So, wenn wir das grob wissen, dann können wir uns jetzt überlegen, was wir vielleicht machen müssen. Was stört uns an dem Term, was wir hier haben? Aber wenn wir uns angucken, wir haben zwar ein Oder hier zwischen dem Nicht-A und dem, was wir in Klammern haben. Das Problem ist aber, also das ist erstmal gut, das ist ein Oder auf oberster Ebene, das macht es einfach, aber wir haben hier vorne bei dem Nicht-A, fehlt uns B und C als Eingangsvariable. Und hier hinter, bei dem, was wir in der Klammer haben, da fehlt uns irgendwie das A in der Eingangsvariable. Also erstmal blöd. Also müssen wir irgendwie überlegen, was wir da vielleicht machen können. Wenn wir uns jetzt den vorderen Teil einmal anschauen, mit dem Nicht-A, habt ihr eine Idee, wie ich vielleicht irgendwas mit B dazubekommen kann, ohne dass das ohne dass das den Wahrheitswert der ganzen Aussage ändert. Also ich brauche jetzt irgendwas, was ich dazukriege, was den ja, das war nicht so gedacht, ähm, brauche irgendwas, was ich dazukriege, was dann am Ende quasi auf den Wahrheitswert Null hinausführt. Ja, dass irgendwas ist, was ich, was ich hinzufügen darf. Wir können ja stückweise gucken, wenn ich jetzt B irgendwie hinzufügen will in, 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 in eine Formel. Also, ähm, wenn ich jetzt nur die Eingangsvariable B habe, kennt ihr eine Faktenmüpfung, wie ich, wobei, ich bin gerade bei Null, gerade falsch, ich brauche etwas, was immer das Gleiche hat, oder nicht das Gleiche, den Unterschied. Ähm, genau, also wir haben eigentlich zwei Sachen, was wir haben können. Wir können das, dass wir immer den Wert Null haben, oder den Wert Eins haben, da müssen wir eben gucken. Ähm, vielleicht fangen wir da erstmal an, woran, woran hängt das eigentlich? Wenn ich jetzt mir das A angucke, und ich muss Sachen haben, ähm, also wenn, wenn oder die Hauptverknüpfung ist, und dazwischen meine Terme sind. Die Terme selber sind unverknüpft. So, ich habe jetzt hier im ersten Fall, habe ich das Nicht-A, und ich werde Nicht-A mit irgendwas unverknüpfen. Und will auf die Art und Weise das B dazukriegen. Ich muss aber immer noch dafür sorgen, dass, äh, an sich eigentlich nur der Wert von dem Nicht-A zählt. So, und da muss ich natürlich nicht Null, sondern muss ich natürlich Eins hinzufügen. Ähm, wenn ich A und irgendwas mit Null machen würde, würde das ja nie wahr sein. Also muss ich eben gucken, dass ich irgendwas brauche, was immer A und Eins ergibt. So, und wenn ich jetzt B nehme, jetzt haben wir da gerade schon einen Vorschlag, ja, lass mal gucken. Das kommt, glaube ich, noch nicht so ganz hin, was du da hast. Also es geht auf jeden Fall viel einfacher als der Vorschlag. Wenn wir uns angucken, was ergibt denn eine Eins? Also, ich kann sowas nehmen, wie ich habe B, vielleicht habe ich Nicht-B. Ähm, und welche Verknüpfung zwischen B und Nicht-B ergibt immer den Wert Eins? Ähm, genau, ein Ohr. Das heißt, wenn ich eine, ähm, wenn ich eine, eine Funktion habe und ich sage, ich will irgendwas mit dem Wert Eins ergänzen, was, was immer den Wert Eins ergibt, dann könnte ich sowas machen, dass ich eine Variable oder nicht, äh, oder die negierte Variable nehmen würde, weil das immer den Wert Eins ergibt. Das muss, Eins von beiden muss immer wahr sein. Und damit hätte ich dann meinen Wert Eins. Das heißt, ich könnte jetzt an der Stelle sagen, ähm, ich nehme mir dieses Nicht-A, ich ergänze dazu ein B oder Nicht-B. Dann hätte ich schon mal eins auf der linken Seite angefangen zu ergänzen, ist natürlich noch lange nicht fertig. Ähm, und ich kann auf der rechten Seite gucken, da habe ich B und C schon drin, da könnte ich jetzt theoretisch schon mal anfangen, da fehlt mir ja eins noch, da fehlt mir noch das, ähm, äh, äh, A da drin. Zur Schreibweise von solchen Funktionen, ähm, wenn relativ eindeutig ist, dass das eine Verknüpfung ist, ähm, kann zwischen Variablen, äh, die Verknüpfung weggelassen werden, wenn es ein und ist, weil das und eben auch, dass es was stärker bindet. Also das heißt, ich darf dieses und zwischen dem Nicht-B und Nicht-C, das darf ich im Schreiben auch weglassen, und schreibt dann stattdessen nur Nicht-B, Nicht-C hintereinander und ist implizit ein und dadurch, dahinter, dazwischen. Spart ein wenig Schreibplatz, macht es auch etwas übersichtlicher. Also dann, und verknüpfe ich ganz explizit nochmal das A, was mir hier auf der rechten Seite als Eingangsvariable fehlt, mit A oder Nicht-A. Und das darf ich ja wie gesagt machen, weil das Ganze den Wahrheitswert 1 ergibt und damit die Auswertung der Formel oder des rechten Terms hier vom Wahrheitswert nur von Nicht-B und Nicht-C abhängt. Okay, ähm, ich habe jetzt so die erste Hinzufügung getan. Was würde ich wahrscheinlich machen als nächstes? Ich will ja am Ende auf irgendwie so eine Form kommen, dass ich irgendwie dann nur wieder oder auf den Hauptebenen habe. Jetzt habe ich irgendwie in meinen Unterm auch noch oder drin. Das ist ja nicht gut. Was würde man wahrscheinlich machen? Was macht man in der normalen Mathematik, wenn man irgendwie Klammern hat und das auch vielleicht sogar ein bisschen übersichtlicher gestalten will oder anders darstellen will? Genau, ausmultiplizieren ist dann eine Sache. Kann ich hier genauso machen. Ich muss dann eben gucken, wenn ich jetzt A und B oder Nicht-B ausmultipliziere, dann ist das so, also Nicht-A ist das ja Nicht-A und B oder Nicht-B, dann wird auch jeweils das eine mit dem, also das Nicht-A mit dem B und das Nicht-A mit dem Nicht-B quasi multipliziert. Was heißt das? Ich bekomme einmal ein Nicht-A, B raus. sowie Nicht-A, Nicht-B und das Ganze hängt dann hier von dem Term in der Klammer ab. Kennt ihr so ein bisschen vielleicht auch, wenn ihr irgendwie normal ausmultipliziert gehabt habt in der Schule mit Plus-Minus mal was da so alles war. Das heißt, ich habe das einmal ausmultipliziert. Ich bin auf der linken Seite. Es fehlt mir hier natürlich noch ein Term, eine, Entschuldigung, heute irgendwie ist der Wurm drin. Also nochmal, es fehlt hier natürlich noch eine Variable, nämlich C und was müsste ich hier jetzt noch dazu, was müsste ich hier eintragen, um das C noch dazu zu bekommen? Gleiche Prinzip wie eben. Was müsste ich jetzt quasi noch ergänzen an dieser Zeile, um dann vielleicht dann, wenn ich das dann alles sauberer mache, das C als Eingangsvariable auf der Seite mitzubekommen? Also ich habe bei dem Nicht-A habe ich jetzt das B schon dazu bekommen, aber ich muss jetzt irgendwie noch das C als Eingangsvariable reinkriegen. Was muss ich da jetzt machen? Genau. Genauso wie eben sage ich an der Stelle, ich ergänze, übrigens hier kann ich dann das UND zwischen den Klammern auch weglassen, ich ergänze mit UND C oder Nicht-C. Er gibt wieder den Wahrheitswert 1, ändert nichts an dem, an der Formel, wenn ich sie auswerte Seite und damit habe ich jetzt quasi so bei der Seite von diesem Nicht-A, dem ursprünglichen, dann auch das C mit dabei, da müssen wir gleich nochmal im nächsten Schritt gucken, das so ein bisschen auszuformulieren, natürlich das erstmal noch hübsch zu machen. So, das ist die eine Seite, die andere Seite hatten wir hier recht schon angefangen, Nicht-B und C und A oder Nicht-A, das Ganze können wir auch einmal ausmultiplizieren, das heißt, ich habe hier einmal A, Nicht-B, Nicht-C oder Nicht-A, Nicht-B, Nicht-C. Da könnte ich jetzt hier noch Klammern rumsetzen, weil das ja eigentlich das Ergebnis da drin ist, aber das befindet sich schon auf der Ebene, das macht von der Gesamtformel keinen Unterschied, die darf ich schon weglassen und befindet sich damit auf Term-Ebene wie dieses höchste oder, was wir schon hatten. Das ist hier recht schon mal gut, weil das ist das, wo wir hinwollen. Wir wollen unverknüpfte Terme haben, die jede Eingangsvariable beinhalten und die sind mit anderen unverknüpften Termen durch oder verknüpft, weil die rechte Seite sieht schon mal gut aus. Jetzt müssen wir auf der linken Seite da noch einmal gucken. Das sind jetzt irgendwie hier vier Terme, das heißt, wir müssen das Ganze ein bisschen über Kreuz multiplizieren. Auch das solltet ihr in irgendeiner Form in der Schule mal gehabt haben, das heißt, ich habe nicht A, B, C oder nicht A, B, nicht C. Das heißt, dass ich das hier jeweils einmal mit C und mit nicht C multipliziert habe und dann noch hier den zweiten Teil der ersten Klammer ist nicht A, nicht B, C oder nicht A, nicht B, nicht C. Ihr seht, die wird schon ein bisschen länger. Den rechten Teil, den kopiere ich mir jetzt mal ganz frech und damit haben wir in jedem Term alle drei Variablen drin. Alle Terme sind intern unverknüpft und wir haben A, oder Verknüpfung zwischen den Termen. Das sieht erstmal gut aus. Eine Sache gibt es allerdings noch, wem fällt auf, an welcher Stelle wir vielleicht noch was tun sollten oder was zumindest irgendwo komisch erstmal vorkommt. Also wir haben hier nicht A, B, C oder nicht A, B, nicht C oder nicht A, nicht B, C oder nicht A, nicht B, nicht C oder A, nicht B, nicht C oder nicht A, nicht B, nicht C. Okay, es gibt was, was mehrfach auftaucht, richtig erkannt. So, dann müssen wir mal gucken, was da mehrfach auftaucht. A, nicht B, nicht C. Ne, das haben wir tatsächlich, glaube ich, nur einmal hier drin. Das ist A, nicht B, nicht C ist hier. Das ist doch das Einzige, wo wir nur das A haben. Überall woanders haben wir jeweils noch nicht drüber bei dem A. Was wir aber auf jeden Fall doppelt haben, ist nicht A, nicht B, nicht C. Das haben wir hier und hier. Okay, wir haben jetzt also ein Term in einer Kette von Oder-Verknüpfung und der taucht zweimal auf. Was können wir damit wahrscheinlich tun? Für den Wahrheitswert zählen die Oder-Verknüpfung. Genau, wir können einen weglassen, weil, ob ich jetzt sage, von den Regeln her, ich habe A oder A. Da wissen wir, der Wert wird immer auf A auswerten. Das heißt, wir können einen Term dann weglassen. Und dann wäre das an der Stelle im Endeffekt dann auch unser Ergebnis. Also, ein Ansatz, den ihr machen könnt, oder ihr müsst halt gucken, an welcher Stelle ihr das in der Aufgabe braucht, kann also sein, dass wir den Wahrheitswert 1 hinzufügen. Wahrheitswert 1 hinzufügen können wir durch Variable oder nicht die Variable. Wir können Dinge ausmultiplizieren. Da immer der Tipp, dass man erst mal einmal nachdenkt, bevor man damit startet, weil man manchmal vielleicht vorher noch ein paar Sachen machen kann. Bei uns war es jetzt so, dass wir tatsächlich relativ schnell anfangen konnten, auszumultiplizieren. Und dann eben gucken, haben wir irgendwo Doppelungen in den Termen und am Ende haben wir hiermit tatsächlich eine kanonische DNF. Alle unsere Terme haben alle Variablen drin mit unterschiedlichen Variablenbelegungen. Ja, im Endeffekt Minimierung ist schöner, ist ein bisschen übersichtlicher, aber das ist halt die kanonische. Das Ganze geht auch für die KNF. Da habe ich jetzt irgendwo auf die Folie geschrieben. Moment. Machen wir ein bisschen ... ein bisschen Platz, dass wir was sehen können. Das Ganze geht auch für die KNF. Gibt allerdings einen Unterschied. Während wir eben auf höchster Ebene oder Verknüpfung hatten, haben wir jetzt auf höchster Ebene und Verknüpfung. Das heißt, wir haben Terme, die sehen aus ... Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben drei Eingangsvariablen oder Punkt, Punkt, Punkt. Unsere Eingangsvariablen in irgendeiner Art und Weise mit Wahrheitsbelegung auf höchster Ebene dann das und als Verknüpfung und dann wieder Punkt, Punkt, oder Punkt, Punkt, oder Punkt, Punkt, Punkt und vielleicht noch mehr. Ja, das ist so jetzt der Unterschied. Konjunktiv, wenn ihr überlegt, Konjunktionen, zu merken, was ist was. Konjunktionen aus dem Deutschen, aus der Grammatik sind ja auch irgendwie Verbindungswörter. Also würde ich mal sagen, konjunktive Normalform ist die, die stärker verbunden ist auf der höchsten Ebene, also mit dem Un verbunden ist. Blöde Merkrücke, aber vielleicht hilft es euch. So, was haben wir hier? Was sehen wir jetzt bei uns? Wir sehen als erstes das Problem, ach du Schande, wir haben hier ein oder auf oberster Ebene. Das heißt, das ist schon mal nicht gut. Und natürlich, dann gilt es uns fehlen die Eingangstherme. Was ist eine Sache, die wir hier relativ schnell machen können, um von dem oder auf oberster Ebene zu einem und auf oberster Ebene zu kommen? Was meint ihr? Haben wir an anderer Stelle eben auch schon einmal gemacht. Nur aus einem anderen Grund. Also ich will auf höchster Ebene zwischen meinen Termen kein oder mehr haben, ich will ein und haben. Wo haben wir denn das und? Ja, wir können das Ganze, wir haben ja das hier in der Klammer und wir haben eben schon gesehen, wenn wir das ausmultiplizieren, dann kriegen wir als Verküpfung zwischen den Termen die Verbindung, die wir in den Klammern drin haben. Das heißt, wenn wir das Ganze machen, dann kriege ich den Wert nicht a oder die Terme nicht a oder nicht b und nicht a und nicht c. Äh, oder nicht c. Entschuldigung, das so schnell verschreibt man sich. Bitte da sonst auch immer mit aufpassen, dass ich mich nicht vertue. Also nicht a oder nicht c ist der zweite Term. So weit, so gut erst mal. Fehlt uns natürlich immer noch, fehlt uns noch eine Variable jeweils drin, fehlt uns das c da drin. Wenn ich jetzt Terme habe, die oder verknüpft sind, welchen Wahrheitswert darf ich da dran ergänzen, ohne dass ich damit den Wahrheitswert der Formel ändere? Irgendwas oder irgendwas oder irgendwas ist es ja. Also was darf das irgendwas am Ende sein? Was darf ich da ergänzen mit einem oder, ohne dass ich den Wahrheitswert verändere? Eigentlich eine 50-50-Frage. Darf ich eine 0 oder eine 1 ergänzen? Ja, genau, eine 0 darf ich ergänzen. Denn es wird ja der Wahrheitswert 1 rauskommen, wenn eine der Variablen hier 1 ist. Und wenn ich jetzt ein oder mit 1 ergänzen würde, würde ja immer der Wert 1 rauskommen. Das will ich ja nicht, aber wenn ich was mit 0 ergänze, dann ergänze ich irgendwas, was für die Auswertung des Wahrheitswertes dann am Ende irrelevant ist quasi. Das dürfte ich also machen. Okay, wie kann ich denn jetzt c da reinbringen, auf eine Art und Weise, dass dabei immer der Wahrheitswert 0 rauskommt? Okay. Okay, genau, ich kann c und nicht c nehmen. Denn c und nicht c, das kann ja nicht, also es kann ja nicht gleichzeitig c stimmen, sowie nicht c. Kann nicht beides gleichzeitig sein. Entweder haben wir c oder wir haben nicht c vorliegen. Also nach dem Motto, entweder ist c 0 oder c ist 1. Aber c kann nicht gleichzeitig 0 und 1 sein. Das heißt, wenn wir c und nicht c einfügen, dann fügen wir etwas ein, wo wir wissen, dieser Wert wird nie stimmen und wird deswegen immer den Wert 0 kriegen. Das dürfen wir an der Stelle also ergänzen. Gut, dann ist es bei dem ersten Teil. In dem anderen Teil fehlt uns, was haben wir, a, c haben wir, uns fehlt das b hier. Da dürfen wir das gleiche machen. B und nicht b ergänzen. Ihr merkt, ich sortiere das hier auch schon einmal, damit wir ein bisschen den Überblick haben, was wo ist. Eine Sortierung macht ja auch keinen Unterschied für den Wahrheitswert. Und dann geht das los. Dann darf ich das Ganze natürlich einmal ausrechnen, ausmultiplizieren. Ich habe hier ein, nicht a oder nicht b oder c. Erster Term. Erster Teil hier vorne. Das Ganze ist, weil hier drin das und steckt, unverknüpft. Also schreibe ich hier kein oder hin. Das Zweite, was ich hier aus der ersten Klammer ausrechne, ist nicht a oder nicht b oder nicht c. Dann habe ich die linke Klammer abgehandelt. Jetzt mache ich die rechte Klammer. Auch hier muss ich das mal mit dem b und nicht b ausrechnen. Ist jetzt hier, wenn ich es in die Mitte schreibe, nicht so eindeutig, dass ich es ausmultiplizieren kann. Aber im Endeffekt durch die Sortierung und Umsortierung ist das gleiche wie hier links mit dem c. Das heißt, ich habe a oder b oder nicht c. Und als letzten Term und verknüpft dann noch nicht a, nicht b, nicht c. Gut, wenn wir uns das angucken, dann fällt uns vielleicht auch wieder was auf. Ah, die Frage, warum einmal a und einmal nicht a, weil ihr gut aufgepasst habt und ich beim Schreiben tatsächlich das nicht vergessen habe. Dankeschön. So, jetzt haben wir eine Gleichheit. Genau, die zweite und die vierte Klammer sind gleich. Und das heißt, auch hier müssen wir wieder einmal gucken, dass wir das Ganze ein wenig einschrumpfen. Das dürfen wir dann an der Stelle auch einkürzen. Heißt, wir nehmen nur die ersten drei Terme an der Stelle und haben damit eine kanonische konjunktive Normalform, wo wir alle Variablen drin haben, alle Eingangsvariablen drin haben und die sind auf höchster Ebene unverknüpft und die einzelnen Terme in sich selber sind oder verknüpft. Gut, das waren die ersten beiden. Es geht aber noch weiter. Es gibt noch eine dritte Sache und auch damit sollt ihr euch beschäftigen, nämlich mit der sogenannten Reed-Muller-Form. Kann jemand irgendwas zur Reed-Muller-Form sagen? Was ist charakteristisch für eine Reed-Muller-Form? Woran kann man bei manchen Termen schon fast erahnen, dass es vielleicht eine Reed-Muller-Form ist? Oder was haben wir da drin? Etwas, was wir bei KNF und DNF nicht sehen. Also hier haben wir, KNF haben wir eine, KNF, ja, meinetwegen auch KNF erstmal. Also KNF haben wir ja eine Oder-Verknüpfung von Unterm, DNF haben wir eine Und-Verknüpfung von Oder-Term. Ne, jetzt ist genau immer falsch rum. Das komme ich so richtig. Also KNF eine Unverknüpfung von Oder-Term, DNF eine Oder-Verknüpfung von Unterm. Aber was haben wir bei Reed-Muller-Form? Bei Reed-Muller haben wir ein ganz, ganz, ganz bestimmtes Symbol. Und das ist genau, ich reihe da so ein bisschen drauf rum, ich weiß, sorry. Das X-Ohr, das X-Ohr wird auch dargestellt als Kreis mit einem Plus drin. Und das X-Ohr, also das Exklusiv-Oder. Für die Reed-Muller-Form dürfen wir nur bestimmte einzelne Sachen nutzen für unsere Terme, für die Verknüpfung. Und zwar wären das, wir dürfen da drin haben, X-Ohr, das AND und den Wahrheitswert 1. Also quasi eine Variable, oder nicht Variable, sondern eine Konstante, die immer den Wert 1 zurückgibt. Das ist natürlich ein bisschen weniger, als was wir vielleicht an anderen Stellen haben dürfen. Das heißt, wir müssen auch gucken, wie können wir da vielleicht umrechnen. Es gibt ein paar Rechenregeln, die uns dafür helfen sollen. Und zwar haben wir da sowas wie, dass wir die Negation auflösen können. Weil das Nicht dürfen wir ja nicht machen. Wenn wir sowas haben wie Nicht-A, dann dürfen wir an der Stelle auch sagen, das ist das gleiche wie A, X-Ohr 1. Ergibt den gleichen Wahrheitswert. Die zweite Rechenregel, die wir dafür haben, ist, dass wir uns um Disjunktionen kümmern können. Weil sowas wie A oder B dürfen wir ja auch nicht haben. Disjunktion ist nicht erlaubt, nur Konjunktion. Also müssen wir aus A oder B was anderes machen. Was heißt A oder B? Heißt eigentlich, dass entweder es A war. Oder, also exklusiv oder B ist wahr. Und dann gibt es noch einen dritten Fall, den wir exklusiv haben können. A und B sind beide wahr. Dieses Dieses Symbol, meinst du hier, was ich mit dem Plus da drin gemacht habe? Das ist das X-Ohr-Symbol. Weil man nicht immer X-Ohr schreibt, sondern damit man ähnlich wie das oder und das und das X im Kreis, das brauchen wir hier nicht. Folie 465, daher kommt die Frage. Mal gucken. 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 Ah, okay. Von den Symbolen ist es natürlich schön, dass das nur woanders definiert ist. Also, wie gesagt, an der Stelle brauchen wir das nicht. Das Symbol müsste für das Produkt stehen, einer entsprechenden Geschichte. Ich würde da jetzt gar nicht weiter drauf rausgehen wollen, weil wir das, wie gesagt, an der Stelle wirklich nicht brauchen. Für uns ist hier das Wichtige wirklich, dass wir dieses, das Plus, nicht das Kreuz, sondern das Plus im Kreis haben. Und genau, eine Rechenregel fehlt uns noch. Da war ich stehen geblieben. Oder eher etwas, was wir ausnutzen können. Und zwar ist das folgendes. Wir können etwas hier haben, dass wir ein A, X or A haben. Und A exklusiv oder A. Habt ihr eine Idee, zu welchem Wahrheitswert das Ganze führen wird? Also, ich habe eine Variable, X or, sehe ich selber. Genau, das wird immer zu einer Null führen, weil es darf ja immer, darf eigentlich ja nur exklusiv das eine oder das andere wahr sein. Aber dadurch, dass wir auf beiden Seiten das Gleiche haben, wird das Ganze zu einer Null führen. Also, zum Wahrheitswert. Es wird immer zu False rauskommen. Gut, das Nächste, was wir berücksichtigen müssen, ist, dass wir bestimmte Terme haben, die auftauchen dürfen. Das heißt, wir haben die Verpflichtung, dass wir rauskommen auf eine X-Ohr-Verknüpfung von elementaren Termen. Was heißt elementar? Elementar ist sowas für uns, dass wir die entsprechenden Terme haben wie 1, also die logische 1, das ist uns erlaubt, 1 bzw. X1, X2 oder für unseren Fall also A, B, sowie die Unverknüpfung von dem A und B. Und wir müssen eben auch gucken, dass wir da entsprechend die Funktionen da drin haben. Ja, wenn wir jetzt mit unserer Formel nicht A oder nicht B und nicht C anfangen, was können wir denn zum Beispiel machen für die Umformung? Irgendwas, was man relativ schnell schon sehen kann, was man machen kann. Wir haben so ein paar Rechenregeln, Vorschläge, welche wir anwenden. Was stört uns denn hier oben in der Formel? Was wollen wir loswerden? Was dürfen wir nicht haben? Was wollen wir loswerden? Vielleicht mal so rum gefragt. Das Oder stört. Und was stört uns noch? Was dürfen wir auch nicht haben? Das nicht, das stört auch. Genau, genau. Also das ist so, wenn man erstmal noch nicht so weiß, okay, was kann ich halt machen, was muss ich machen, dann gucke ich mir erstmal an, was stört mich eigentlich, was muss ich loswerden. Genauso wie bei DNF und KNF. Und meistens finde ich es dann ganz gut, wenn man dann nämlich anfängt, erstmal die Negation rauszuwerfen. Kann man sich überlegen, kann man natürlich auch andersrum machen, je nachdem von den Schritten, wie es euch lieber ist. Und genau, ich sehe schon, dass die Negation mit 1, wurde hier gerade auch schon geschrieben von euch richtig, da können wir die Formel einsetzen, A, XOR1. Das heißt, wenn wir damit starten würden, dann kämen wir auf A, XOR1 für das Nicht-A. Oder, und das bleibt ja immer noch da, das B ersetzen wir durch BXOR1. Und das Nicht-C ersetzen wir durch CXOR1. Damit wären wir die Negation an der Stelle einmal los, brauchen wir uns da nicht mehr drum kümmern. Jetzt haben wir noch den Punkt, dass wir natürlich sagen wollen, okay, wir müssen gucken, das ODA müssen wir loswerden. Also, was wir dann machen können, ist, wir haben ja hier die ganze Formel, um das Ganze auszumultiplizieren. Das heißt, was behalte ich? Ich behalte einmal A, XOR1. Das ist ja quasi das A aus der Formel hier oben. Dann, wie geht das weiter? XORB, also den zweiten Teil, das ist die Klammer hier. Und dann muss ich noch dieses XOR A und B machen. Das heißt, ich und verknüpfe die beiden Teile, links und rechts. Das heißt, im Endeffekt, dieser ganze große Term, also den muss ich irgendwie hier runter vom Platz packen, reicht sonst nicht. Der ist fast der gleiche, nur dass ich da jetzt ein und zwischen packe. Und das Ganze zusammen mit dem anderen XOR verknüpft ist. Damit hätte ich jetzt nach der Negation auch mein ODA los. Aber aber diverse Klammern hier auch noch stehen. Und das ist das, wo ich mich als nächstes drum kümmern muss, das jetzt einmal aufzulösen. Und zu gucken, was dabei rauskommt. Vor allem habe ich hier noch einige Klammern, die zu kreuzweisen Multiplikationen führen werden. Also der Anfang ist noch relativ einfach. Das bleibt hier links. A, XOR1. Klammer kann ich jetzt weglassen, weil es macht keinen Unterschied mehr. Das XOR ist an sich von der Bindung auf gleicher Ebene. Das führt auch nicht zu Multiplikation. Dann habe ich XOR diesen zweiten Term. Da habe ich ein UND drin. Das heißt, ich multipliziere wieder kreuzweise. Ich habe BC, B1, ich habe 1C und ich habe 1,1. Das ist jetzt vielleicht etwas übergenau, aber machen wir das erstmal einmal der Vollständigkeit halber. Also BC, XOR B1, XOR 1C, XOR 1C, XOR 1,1. Das ist der Teil aus der Klammer. Hoffentlich nichts vergessen. Und dann gucke ich mir den unteren Teil an. Und sehe, da habe ich auch noch mal die gleichen Klammern. Das heißt, im Endeffekt, so, das ist ja auch ein großer Gesamtterm. Vollständigkeit halber gehört da noch eine Klammer drumherum. Das heißt, ich habe das, was ich hier eben ausgerechnet habe, aus der Multiplikation. Aber ich habe auch noch dieses A, XOR 1. Okay, das passt nicht, also muss ich es doch nochmal selber schreiben. Ähm... Und der Teil ist ja immer noch unverknüpft. Die Unverknüpfung ist an der Stelle wichtig. Ja, also ich habe jetzt hier nur den, den Teil hier ausmultipliziert. Und ich muss aber noch quasi wieder hier dieses UND ausmultiplizieren. Deswegen wird das hier gleich noch eine Ecke mehr. Also ich habe hier den ersten Teil, den kopieren wir wieder aus Zeitgründen. Das geht die Schnelle. Und was habe ich dann unten vorliegen? Ich habe A und B, C zusammen. Also kommt da A, B, C raus als Term. Meine Terme sind hier XOR verknüpft in den Klammern. Also ist die XOR-Verknüpfung auf der Ebene. Nach A, B, C habe ich A, B, 1. Und dann ist die XOR-Verknüpfung auf der Ebene. Dann der nächste Term ist 1C, also A, 1C. Und A, 1, 1. Dann muss ich hier die 1 noch nehmen. Da habe ich 1BC. Während ich das andere hier einmal weitermache, könnt ihr schon mal überlegen, darf ich die Einsen weglassen, wenn ja, an welchen Stellen und warum? Wenn ich die Frage schon so stelle, dann werdet ihr wahrscheinlich ahnen, wahrscheinlich ist die Antwort ja, aber an welchen Stellen darf ich Einsen weglassen und warum? Ja. Amen. Okay, ich habe einen Term übersprungen, deswegen gibt es das 1b1 an der Stelle. Gut, habt ihr eine Antwort gefunden auf, an welchen Stellen darf ich die Einsen weglassen? Das sieht im Moment gerade noch nicht so aus. Überlegen wir nochmal zurück, was bedeutet das, wenn ich mir Terme angucke und was kann ich da tun? Also A, B, 1. A, B, 1 heißt ja eigentlich, das heißt es wird wahr, wenn A und B und 1 stimmen. Also irgendwas und 1 ist ja nicht, weil es ein Oder ist, eine Oder-Verknüpfung an der Stelle, ist nicht von der Eins abhängig, sondern das sagt uns nur, dass wir eben gucken, dass wir auf den ersten Teil, also quasi rückwärts von dem, warum durften wir eben bei KNF, DNF etwas mit Eins ergänzen, ist es jetzt der Grund, warum wir die Eins weglassen dürfen. Weil die Eins nicht auf den Wahrheitswert ausschlaggebend ist und es dann uns das einfacher macht. Das heißt, ich darf hier die Eins wegsetzen, das ist nur von A, B. Ich darf hier die Eins wegnehmen, das ist nur B. 1C ist nur C. A1C ist nur AC. A111 ist dann A. Da fallen dann quasi zwei weg. 1Bc ist BC. 1,1C ist C. 1B1 wird dann B. Und jetzt haben wir hier noch so ein paar Sachen, wo Einsen stehen. Eine einzelne Eins, die XOR verknüpft wird, die brauche ich schon. Denn es ist ja eine XOR-Verknüpfung exklusiv oder nach dem Motto, also wenn ich mir jetzt nur den ersten Teil angucken würde, AXOR1, kann ja sein, wenn A0 ist, dann wird das Ganze ja trotzdem zu Eins im Wahrheitswert ausgewertet, weil wir die Eins rechts haben. Das heißt, so eine einzelne Eins, die brauchen wir. Was wir aber nicht brauchen, ist, wenn wir Einsen mehrfach haben, wie hier 1,1. Das ergibt keine besonderen Zusatzinfos für uns, denn es hängt immer nur von einer Eins ab. Das heißt, die 1,1 kürze ich auf 1 und die 3,1 sind hier 1,1,1 kürze ich auch auf 1. Damit haben wir schon ein bisschen aufgeräumter, die ganze Formel. Was fällt euch auf, wo müssen wir jetzt vielleicht nochmal ran? Hängt mit einer der Regeln zusammen, die ich euch vorhin vorgestellt habe. Also was fällt euch auf, wenn ihr euch das Ganze hier anguckt? AXOR1, XORBC, XORB, XORC, XOR1, XORABC, XORAB, XORAC, XORA, XORBC, XORB, XOR1. Was haben wir denn eben beim anderen auch schon gesehen? Sachen, um die wir uns kümmern wollten. Genau, Doppelung, richtig. Vielleicht eine relativ banale Frage, aber ja, genau, wir haben Doppelung. Und zwar haben wir hier, das A haben wir mehrfach. Nämlich hier. Wir haben die 1 mehrfach. Wir haben BC mehrfach. Wir haben das B haben wir mehrfach. Und das C haben wir mehrfach. Genau. Fangen wir mal mit etwas Einfachem vielleicht an. Wenn ich habe A, A und ich habe woanders nochmal ein A, AXOR A, was mache ich damit? A, 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 A. Genau. Das darf ich weglassen, weil das nicht beides gleichzeitig sein kann. Das heißt, das streiche ich weg. Das habe ich hier auch nochmal mit B, XORB. Das streiche ich auch weg. Und C, XORC. Dann haben wir B, C, OXORB, C. Das streichen wir auch weg. Und jetzt wird es nochmal spannend. Jetzt haben wir hier noch das 1, XOR1. Und hier hinten ist auch noch eine 1. Was kommt da denn dabei raus? Streiche ich jetzt alle drei weg? Oder was muss ich da tun? Und was meint ihr? Richtig. Genau. Ich streiche nur zwei weg. Also im Endeffekt behalte ich dann bei einer ungeraden Anzahl einen Term über. Könnte jetzt auch sein, ich könnte ja A, XOR A, XOR A haben. Da würde auch einer überbleiben. Also ich streiche immer nur genau zwei weg. Weil das ist ja auch genau unsere Regel hier. A, XOR A oder 1, XOR A1. Das streiche ich weg. Das hier hinten bleibt am Ende über. Das heißt, wenn ich dann jetzt das Ergebnis aufschreiben würde, dann würde die 1 überbleiben. Es würde das ABC überbleiben. Das AB und das AC. Jetzt kann man das ein bisschen sortieren in der Reihenfolge, wie viele Terme jeweils drin sind. Muss man jetzt nicht unbedingt, aber ist vielleicht ein Tick schöner. Das heißt, wir haben A, XOR AB, XOR AC, Das sind, wie wir vorhin kurz angerissen haben, alles nur elementare Terme, die für die Redmalerform erlaubt sind. Wir haben XOR Verknüpfungen zwischen den einzelnen Termen und damit haben wir auch unsere Redmalerform erreicht an der Stelle. Also, für die Redmalerform, guckt euch an, was ist erlaubt, was stört uns, nutzt dann die Rechenregeln für Negation und Disjunktion und am Ende dann vielleicht nochmal ausnutzen oder auch vielleicht auch zwischendrin. Ihr müsst eben gucken, in welcher Reihenfolge was sinnvoll ist, was sich für euch ergibt. Ausnutzen A, XOR A ergibt 0, beziehungsweise halt Variable, XOR Variable oder Konstante, XOR die gleiche Konstante ergibt den Wert 0. Was wäre jetzt passiert, wenn wir nicht die Negation als erstes gemacht hätten, sondern die Multiplikation, also nicht die Multiplikation, die Disjunktion hier rausgenommen hätten? Wir wären am Ende auf das gleiche Ergebnis gekommen. Ich glaube, in dem Fall wäre es ein bisschen mehr Schreibkram gewesen und wir hätten mehr aufpassen müssen. Das hängt dann von Formel zu Formel ab, was sich gerade auch dann besser ergibt. Gut, vielleicht noch ein kleiner Tipp fürs Aufgabenblatt. Für Teil B habt ihr eine Formel aus X2, nicht X2, XOR, nicht X0. Da sind zwei Variablen in der Formel drin. Denkt daran, was wir gesagt hatten bei der dnf und knf, dass wir alle Eingangsvariablen dann jeweils drin brauchen. Das heißt, ihr werdet wohl nicht drum herum kommen, dnf und knf auch entsprechend Eingangsvariablen zu ergänzen. Obwohl die in der Originalformel gar nicht drin vorkommt. Genau, dann gucken wir uns das Thema der vollständigen Basis an. In der Hausaufgabe sollt ihr das NAND nehmen, bzw. danach nochmal mit dem Multiplexer. Vollständige Basis. Da geht es also darum, dass man sagt, es gibt einige Schaltelemente oder Funktionen, die würden reichen, um alle Grundfunktionen der Buhlschen Algebra darzustellen. Welche Grundfunktionen sind das? Es geht um die Negation, es geht um das UND und es geht um das ODER. Wenn wir das jetzt machen wollen, dann sollten wir uns als erstes überlegen, was habe ich eigentlich vorliegen? Wenn ich jetzt also das NOR, das NOT OR nehme, dann sollte ich eben einmal vielleicht gucken, was steckt da eigentlich hinter. Das NOT OR heißt ja, ich habe irgendwas oder irgendwas und das Ganze ist negiert. Das ist das NOR an sich. Für die Hausaufgabe müsst ihr ein Gucken. Da habt ihr das NAND. Da belegt euch halt auch, was ist das eigentlich erstmal. Und jetzt muss ich gucken, was darf ich nutzen an der Stelle. Ich habe diverse Funktionen. Und ich würde sagen, wir starten mal mit der Negation bei dem Ganzen. Also, die Negation. Wir haben f von x bzw. x1 soll uns den Wert nicht x1 geben. Das sollen wir jetzt mit dem NOR darstellen können. Und da fängt es an, dass man dann eben überlegen muss, was kann ich da machen? Wie kann ich verschiedene Werte benutzen? Also, was uns erlaubt ist, ist insgesamt Variablen. Ja, was habt ihr in der Hausaufgabe? Da habt ihr A und B. Also, dass ihr sowas wie A und B benutzen dürft. Beziehungsweise bei dem zweiten Teil dürft ihr auch noch die konstanten Funktionen 0 und 1 benutzen. Und die Idee ist jetzt herauszufinden, wenn ich jetzt eine Schaltung habe, dann habe ich hier, also vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch schon das Praktikum gemacht. Das ist da so ein bisschen mit den Schaltungen gesehen. Ich habe einen Eingang. Das ist dieses Hades-Symbol für Eingänge. Ich habe einen Eingang x1. Der schickt mir ein Signal. Da muss ich jetzt irgendwie mit den Leitungen gucken, wie schließe ich das an meinen Schaltgatter an. Das NOR, das sieht so ein bisschen aus wie so eine krumme gebogene Pfeilspitze. Das ist erstmal das Ohr. Und dadurch, dass noch ein Kringel davor setzt, ist das das NOR, die Negation. Das ist mein Schaltgatter. Das darf ich einmal oder auch mehrfach verwenden, um am Ende an meinem Ausgang f mal wieder so ein Fähnchen wie auf der linken Seite, um da den richtigen Wahrheitswert rauszukriegen. Hat einer von euch zufällig schon eine Idee, was ich machen kann? Wie kann ich mit nicht x1 umgehen oder wie kann ich mit x1 umgehen, um dann den entsprechenden Wert zu bekommen? Ich will x1 negiert haben. Das NOR nimmt zwei Eingänge. Zumindest sage ich mal ein Standard-NOR. Es gibt noch Ausnahmen. Aber Standard-NOR nimmt zwei Eingänge. Sieht einer von euch, wie ich meinen Wert x1 daran anschließen kann, dass ich den Wert nicht x1 kriege? Ich darf dabei keinen Eingang offen lassen, muss man auch sagen. Am liebsten würde ich ja, am liebsten würde ich das machen. Zack, verbinden, Eingang offen lassen, den anderen, mir doch egal. Das darf ich nicht. Alle Eingänge, alle Leitungen müssen geschlossen sein. Also entweder könnt ihr es aus der Schaltung sehen oder vielleicht seht ihr es aus dem Formelbereich. Wir wollen auf eine Struktur kommen, die ist irgendwas oder irgendwas negiert. x1, um was erweitert, ergibt weiterhin den Wert x1. Wie könnte ich x1 irgendwie erweitern unter dem Negationsstrich, dass ich immer noch als Wahrheitswert den Wert x1 kriege? Wie könnte ich die岸 fliegen? Was kennt ihr denn? Was könnte ich denn überhaupt ergänzen? Also, wenn ich hier meinen Negationsstrich habe und ich habe hier meinen x1, welche Option hätte ich hier irgendwas vielleicht zu ergänzen an der Stelle? Also, indem ich sage, das Ganze ist jetzt nicht nur die eine Variable unter der Negationsstrich, sondern das ist einfach mein Ganzes hier. Macht mal Vorschläge. Welche Rechenoperation könnte ich hier ergänzen erst mal? Was gibt es da? Was könnte ich hier x1 mit irgendwas verbinden? Muss jetzt nicht gleich das Richtige sein. Einfach nur erst mal, was könnte ich hier nehmen? Was könnte ich hier reinschreiben als nächstes, um irgendwie einen anderen Term damit zu verbinden? Wie könnte ich das? Ich könnte oder nehmen. Okay. Genau. Oder könnte ich nehmen. Ich könnte und nehmen. Ich könnte theoretisch ein x0 reinschreiben. Was ist wahrscheinlich das Sinnvollste für unser Beispiel hier? Wenn wir uns das angucken. Wir wollen ja hier auf nor kommen. Das heißt, wahrscheinlich ist das Sinnvollste, wir wollen irgendwie sowas haben. Irgendwas oder irgendwas negiert. Okay. Ich habe jetzt mein x1 oder irgendwas. Was kann ich hier jetzt reinschreiben rechts? Dass am Ende nicht x1 rauskommt. Dass ich also nichts verändere mit dem Ganzen. Dass ich auf den gleichen Wert komme. Wer sieht das? Was kann ich hier reinschreiben, dass ich dann eigentlich das gleiche habe, nur wie wenn ich einfach sagen würde, nicht x1. x1 oder was ergibt eigentlich nur den Wert x1 wieder? x1 oder irgendwas ergibt x1. Was ist das irgendwas? Okay. Ich könnte oder 0 machen. Das wäre eine Möglichkeit. Jetzt müssen wir gucken. Das habe ich hier nicht so wirklich zur Funktion. Entschuldigung. Nicht als Möglichkeit hier. Das darf ich erst beim Multiplexer nutzen. Aber genau vom richtigen Gedanken her. Was kann ich hier auch noch ergänzen? So, dass es sich nicht ändert. Was ist denn, wenn ich hier nochmal ein x1 reinschreibe? x1 oder x1 gibt welchen Wert? Es gibt uns immer ein x1. Es hat nur den Wert von x1, die Abhängigkeit. Das heißt, wenn ich hier sage, x1 oder x1 das Ganze negiert, dann kommt da der Wahrheitswert von nicht x1 raus. Und für unseren kleinen Schaltplan heißt das, dass ich das hier nehme und im Endeffekt hier einmal eine Trennung mache. Und einfach in beide Eingänge das dann gebe, die Variable. Kleiner Hinweis nur zum Thema Schaltpläne. Es gibt unterschiedliche Arten, Leitungen zu kreuzen. Und da es ja manchmal sein kann, dass man eine Leitung tatsächlich nur kreuzen und nicht verbinden will, wird für eine wirkliche Verbindung zwischen den Leitungsteilen noch so ein Punkt drauf gesetzt. Damit ist dann eindeutig, dass dann die Teile, also so ein gefüllter Kreis, dass es eine Verbindung zwischen diesen ganzen gibt. Ist insbesondere wichtig, wenn es irgendwie viele Leitungen sind, die irgendwie parallel liegen. Hoppala. Und dann irgendeine hier drüber geht, dass man einfach weiß, ist die da nur verbunden oder nicht. Manchmal sieht man es auch, dass stattdessen mit Sprüngen gearbeitet wird. Also sowas. Das würde das gleiche bedeuten, eine nicht verbundene Leitung. Aber macht es halt so, wenn die Leitung verbunden sein soll, dass es auf jeden Fall diesen Punkt drauf hat. Gut. Schwierige Geburt, aber man muss sich da vielleicht auch erstmal ein bisschen reindenken. Das zweite, was wir brauchen für die vollständige Basis, ist das AND. AND von, ja, das, was haben wir da? AND bezieht sich auf zwei Variablen. Das heißt, wir haben x2, x1. Und das ist ja normalerweise einfach nur x2 and x1. Wir haben kein Bruchstrich, wir haben kein oder. Das ist ja schade. Kennt ihr einen Trick, den wir nutzen können, um aus so einer Form eine andere Form hinzukriegen? Wie kriegen wir vielleicht aus einem und ein oder? Ja, es gibt eine Rechenregel, die uns da hilft. Ich weiß jetzt gar nicht, hatten wir die nicht eventuell sogar schon mal angesprochen? Ich glaube, das hatten wir sogar schon irgendwo in dem Bereich. Also, ich will aus dem und ein oder machen. Bei welcher Rechenregel, die es gibt, die wir nicht heute angesprochen haben, aber die wir, glaube ich, ein der letzten Male schon mal hatten, mache ich aus einem und ein oder oder aus einem oder ein und? Gut, fängt mit d wie dora an. Kennt man aus der Schule meistens. Nein, nicht Distributivgesetz. Guter Versuch. Ist nach einem Herren benannt. Nein. Dem Morgen. Richtig. Genau. Sagt uns ja quasi, wenn ich x und y habe negiert, dann ist das das Gleiche wie die Negation der einzelnen Terme mit umgedrehter Verknüpfung. Das sagt uns ja quasi dem Morgen. Und das könnte uns ja vielleicht helfen. Jetzt haben wir hier allerdings keine Negation. Weil wir hätten gerne x2 und x1. Hätten wir gerne diese Form, eine Negation drüber. Wenn wir eine Negation ergänzen wollen über etwas, dann gibt es auch was, was man machen kann. Was kann man machen, um eine Negation über Variablen zu ergänzen? Es gibt jetzt genau einen Strich, den ich setzen müsste, oder eine Sache, die ich machen müsste, um das hier korrekt zu machen, das wirklich zwischen x2 und x1 und dem, was ich hier geschrieben habe, dass der Wahrheitswert der gleiche ist. Ich muss hier genau eine Sache noch anpassen und ergänzen. Vielleicht überlegt ihr euch mal, was passiert denn eigentlich, wenn ich eine Negation mache? Was ist denn jetzt gerade mit dem Wahrheitswert? Ich habe gerade den Wahrheitswert von hier oben und den habe ich einmal komplett negiert. Was möchte ich also vielleicht tun? Genau. Ich will eigentlich, wenn ich den Wahrheitswert gerade einmal negiert habe, dann ist das ja quasi gerade 180 Grad falsch. Also negiere ich einfach noch ein zweites Mal. Und das ist die zweite wichtige Rechenregel, die immer mal wieder bei solchen Formelspielereien auftaucht. In der Mathematik habt ihr das sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle, dass ich dann einfach eine doppelte Negation mache, weil eine doppelte Negation sich gegenseitig aufhebt. Das Schöne ist, dass ich jetzt hier unten drin eine Form habe, mit der ich weiterarbeiten kann. Da kann ich jetzt nämlich schön sagen, die oberen Negationen, die lassen wir erstmal. Und die untere, die ziehe ich jetzt auf die einzelnen Terme. Das heißt einmal, mein x2 wird zu einem Nicht-x2 und mein x1 zu Nicht-x1. Und dabei wird das Und zu einem Oder. Das heißt, ich habe erstmal hier etwas in der Form, wo ich einen Term habe oder einen anderen Term negiert. Das ist gut, das ist die Form vom Nor. Ein Problem habe ich allerdings noch. Mein Term hier ist einfach ein Nicht-x2. Das ist jetzt nicht einfach so, dass ich hier hätte x2 oder x1 negiert. Das wäre genau das. Ich habe hier jetzt noch eine Nicht-x2 und ich habe hier Nicht-x1. Was sollte ich damit vielleicht noch tun? Wir haben ja irgendwas, was wir vielleicht hier machen können mit dem Nicht-x2. Also Nicht-x2 alleine dürfen wir noch nicht. Haben wir nicht so einfach. Was muss ich an der Stelle machen? Ausnutzen vielleicht? Kleiner Tipp, guck mal weiter oben. Also ich darf ja nicht einfach hier annehmen, ich habe meinen Wert negiert. Was darf ich aber machen, weil wir es schon getan haben? Was wissen wir hierüber, über dieses Nicht-x2? Wie darf ich das auch schreiben? Oder uns noch deutlicher zu sagen, wie darf ich Nicht-x2 in einer Nor-Schreibweise schreiben? Vielleicht wird es deutlicher, wenn ich nach rechts frage. Ah, genau, da haben wir es. Genau, wir haben ja hier oben gerade als erstes haben wir geklärt, wie schreiben wir ein Nicht-x1. Und das Nicht-x1 als Nor-Schreibweise schreiben wir als x1 oder x1 negiert. Das gleiche darf ich hier unten auch machen, oder muss ich dann quasi machen, damit ich dann nur noch Nor-Verknüpfungen drin habe. Das heißt, ich habe x2 oder x2 negiert, statt dem Nicht-x2. Ja, das ist im Endeffekt, statt x1 schreibe ich jetzt x2, das Einsetzen des Ganzen. Und auf der rechten Seite das x1, da mache ich das gleiche, oder das Nicht-x1, da mache ich das gleiche. Ist da auch ein Nor-Strich drüber. Und das heißt, ich habe jetzt, wer kann mir sagen, oder uns raten, wie viel Nor-Schaltgatter brauche ich für diese Formel? Wie viele Nor-Schreibweise habe ich hier drin? Ah, fast. War nicht ganz richtig. Also, ich habe hier ein Nor, das kleine, x2 oder x2 negiert. Ich habe hier ein Nor, x1 oder x1 negiert. Und dann habe ich aber diese, das Ergebnis da aus dem linken Nor, das Ergebnis aus dem rechten Nor, wird nochmal negiert und in ein großes Nor getan. Genau, deswegen habe ich drei Nor. Wie sieht dann so ein Schaltplan dazu aus? Als erstes frage ich meine Eingänge ein. Also, ich habe mein x2. Mache mal das ein bisschen kleiner. Ich glaube, vom Platz her muss ich ein bisschen gucken. So, zwischendurch noch die Frage, aber wenn es x2 oder x2 negiert ist, wieso ist die Negation dann über beiden? Das, genau, es gab dieses x2 oder x2 negiert. Das war ja, wenn wir immer den logischen Wert 1 haben wollten, dass am Ende der 1 rauskommt. Was wir hier haben wollen, ist, dass am Ende der logische Wahrheitswert rauskommt, der hinter x2 steht. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, das haben wir hier oben halt bei der Negation ja dann gemacht und ausgenutzt, dass wenn ich x1, den logischen Wahrheitswert von x1 oder den logischen Wahrheitswert von x1 nehme, dann wird bei 0, dann haben wir 0 oder 0, wird 0 rauskommen, wenn ich x1 mit Wert 0 setze. Oder wenn ich bei x1 den Wert 1 setze, dann wird 1 oder 1, dann wird 1 rauskommen. Das heißt, das darf ich quasi, das ist eigentlich, der rechte Teil hier ist so ein irrelevantes Etwas, was ich ergänze, was eigentlich überhaupt nicht wichtig ist. Aber uns eben hilft, in die NOR-Form zu kommen. Hilft das ein bisschen weiter? Jein, okay. Ja, ein bisschen. Ich glaube, das ist eh, es ist einfach runtergegangen. Also, man muss halt immer überlegen, worauf wir an Wahrheitswerten rauswollen. Wollen wir irgendwo was, dass wir was ergänzen, was mit 0 zu tun hat oder was mit 1 zu tun hat oder soll, ja, was soll halt am Ende rauskommen? Welche Beeinflussung wollen wir vermeiden bzw. dürfen wir tun? Zu unserem Schaltplan. Was wir also wissen, wir wissen, wir brauchen drei XORs, äh, drei XORs, drei NORs. Also, diese lustigen Symbolchen hier. Könnte das in der Hausaufgabe viel, viel schöner machen als ich. Wir haben irgendwie einen Ausgang, das wissen wir auch. Also, das ist so, wenn ich nicht so ganz genau weiß, wie ich das machen muss mit den einzelnen Stellen. Das ist unser Ausgang F. Und jetzt hätte ich das dritte dazwischenmalen können, wenn ich noch nicht weiß, wie ich das verbinden muss. Ich weiß, aber da gucken wir gleich einmal drauf. Da hinten habe ich das letzte. Ach ja, hier sieht das grausam aus. Das geht doch gar nicht. So, natürlich mal aufpassen, dass man nicht zu sehr mit dem, äh, mit dem UND auseinander, durcheinander kommt, was ja mehr so ein D wie Dora ist. So, was wissen wir hier? Wir haben X2, X, äh, X2 NOR, X2. Das heißt, das kommt hier an die beiden Stellen von dem einen NOR ran, so wie oben bei der Negation. Bei X1 kommt das, äh, hier unten an beide Stellen rein. Das Ergebnis von den beiden kommt dann in das große NOR, beziehungsweise, also es ist auch nur natürlich ein zweier NOR, aber jedenfalls fügen wir die Ergebnisse dann da weiter. Und das Ergebnis aus dem großen NOR kommt in unseren Ausgang. Das ist eigentlich dann schon alles, was dahinter steckt an der Stelle. Gut. Ähm, oh, wird sportlich heute mit der Zeit, könnte länger werden. Äh, dritter Punkt ist, wie, was fehlt uns noch? Negation AND. Was brauchen wir für die vollständige Basis noch? Wird uns im Text gesagt. Uns fehlt natürlich noch das ODA. Wie ist das jetzt beim ODA? Also für ein ODA brauche ich auch erstmal zwei Eingangsvariablen, X2, X1 nehmen wir hier. In der Hausaufgabe eben habt ihr ja A und B. Gucken wir uns das mal an, ob wir das vielleicht etwas schneller machen können mit dem Wissen, die wir jetzt erzeugt haben. Ähm, also wir haben an sich ein X2 oder X1, was wir darstellen wollen. Ähm, an sich ist das Ganze ja ganz okay. Ähm, ODA ist super, aber erinnert daran, dass wir ja hier irgendwas oder irgendwas negiert. Das heißt, was fehlt uns auf jeden Fall? Uns fehlt eine Negation. Ja, wir haben eben gelernt, Negationen dürfen wir durch doppelte Negationen ergänzen. Und jetzt ist dann der Punkt, dass wir aus diesem Format, ja, die eine, die, die, die obere Negationen ist ja schön, aber wir wollen ja eigentlich hier irgendwie wieder, ne, irgendwas oder irgendwas haben. Und hier können wir auch daraus lernen, aus dem, was wir gemacht haben, eben mit der Negation von X1. Wir können wieder schauen, dass wir das Ganze hier als einen großen Term behandeln. Dieses X2 oder X1 negiert. Das heißt, ich dürfte das Ganze doppeln. X2 oder X1 negiert. Doppel das Ganze mit einem ODA auf der anderen Seite. Ich mache das jetzt einmal nur zur Vollständigkeit nochmal kurz. Oder X2 oder X2 nor X1 auf der anderen Seite und hätte damit den Wahrheitswert aber nicht verändert. Das heißt, ich gucke mir das Ganze dann wieder an. Ich sehe, ich habe hier ein nor, ich habe hier ein nor, ich habe dann über das Ganze ein nor und würde daraus dann auch eben meine Schaltung aufbauen. Eingang 1, Eingang 2 oder beziehungsweise X2 und X1. In dem Fall sehe ich, ich habe beide nor's hier sind die gleichen. Das heißt, ich kann mir hier sogar Arbeit sparen. Das geht jeweils X2 oder X1 rein. Das heißt, ich würde einmal X2 reinsetzen, ich würde X1 reinsetzen, kriege ich damit das Ergebnis hier raus. Und das Ergebnis muss ich dann aber nochmal in ein nor reinschicken. Da ich das mit sich selber vernoore, das ist eigentlich ein Begriff, vernooren. Setze ich das also in zwei Eingänge von einem anderen nor. Und dann das Ganze in den Ausgang weiter. So, einmal schnell rüber gerannt. Konntet ihr das Ohr nachvollziehen? Eigentlich, ja, wie ihr schon sagt, ist das relativ ähnlich wie eben? Oder gibt es da Fragen an der Stelle? Wenn nicht, dann würde ich ganz kurz nochmal darauf eingehen, euch den Multiplexer zu erklären, falls ihr den nicht mehr so auf dem Schirm habt. Weil für Aufgabenteil B ihr mit einem Multiplexer das Ganze bearbeiten sollt. Ein Multiplexer sieht so aus. Aber jedenfalls ein 2 zu 1 Multiplexer. Wir haben einen Eingang A1. Wir haben einen Eingang A0. Das sind Dateneingänge. Wir haben einen Ausgang Y. Und das Besondere so ein bisschen ist, dass wir hier einen Eingang S haben als Steuereingang. So, das ist am einfachsten, wenn wir uns das mit einer Wertetabelle anschauen. Wir haben S, wir haben A1. Wir haben A0 und wir haben Y. Wenn mein Steuereingang 0 ist, dann interessiert mich überhaupt nicht, was mit A1 ist. Mich interessiert nur, welchen Wert A0 hat. Und wenn A0 den Wert 0 hat, dann kommt am Ende Y0 raus und sonst Y1. Wenn ich das Steuersignal 1 habe, dann interessiert mich überhaupt nicht, was mit A0 ist. Sondern dann gucke ich halt auf den Wert, der bei A1 anliegt. Und je nachdem, ob da 0 oder 1 anliegt, ist mein Ausgang dann auch 0 oder 1. So, und für die Aufgabe mit dem Multiplexer, den Aufgabenteil, geht es eben darum, dass ihr gucken sollt, ihr könnt an A1 was anlegen, ihr könnt an A0 was anlegen und ihr könnt an S was anlegen. Und dafür jeweils A, B nutzen, wenn ihr es braucht. Und die logischen Funktionen 0 und 1 oder auch Top und Bottom als konstante Funktion. Das ist euch auch erlaubt. Das ist ganz wichtig an der Stelle, weil das braucht ihr teilweise auch. Das Ganze kann man auch mit Algebra berechnen, aber das ist das, was eben hinter der Aufgabe Teil B an der Stelle steckt. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das sehr viele Themen sind, die wir dieses Aufgabenblatt bekommen haben. Ich hatte ja gesagt, ich mache im Zweifel bis zum Ende durch, solange noch wer da ist. Hauptsache, ihr kriegt die Themen verstanden. KV-Diagramme, Aufgabe 8.3. Wir schauen uns erst mal an, was ist ein KV-Diagramm. Ein KV-Diagramm ist ein 4x4-Feld. Und dieses 4x4-Feld kann beschriftet werden. Es gibt dann die Beschriftung dazu, dass wir sagen, wir haben die Variablen x3, x2, die für uns für die Zeilen stehen, oder x1, x0, die für die Spalten stehen. Ihr erinnert euch so ein bisschen, dass wir bei Codes das letzte Woche schon mal kurz angeguckt hatten. Das heißt ja, dass mein x3, x2, x1, x0, wenn alle Variablen den Wert 0 haben, dann würde ich dieses Feld hier meinen. Und darin halt den Inhalt suchen oder das Ergebnis bei der Variablen Belegung schreiben. Wenn wir jetzt dazu eine Tabelle haben, x3, x2, x1 und x0 mit verschiedenen Belegungen, und dann die Aufgabe haben, zeichnen Sie in dem KV-Diagramm die Schleifen der disjunktiven Minimalform ein und vorher übertragen Sie die Funktion in ein KV-Diagramm. Dann erinnern wir uns auch da ganz kurz, dass ich das dann übertragen muss. Und dann muss ich das dann übertragen. Kurz einmal hier umschalten. Genau, dann, dass ich das übertragen würde, dann würde ich eben gucken. Und ich schnappe mir mal eine Variablen Belegung. Nehmen wir mal die Zeile hier. x3 hat den Wert 0, x2 hat den Wert 1, x1 hat den Wert 1, x0 hat den Wert 1. f, also mein Ausgang, ist 1. An welcher Spalte in dem Diagramm und an welcher Zeile muss ich dann diesen Wert eintragen? Welche Spalte und welche Zeile trage ich jetzt meiner 1 ein? x3 hat den Wert 0, x2 hat den Wert 1, x1 den Wert 1, x0 den Wert 1. Welche Spalte, welche Zeile im KV-Diagramm ist damit gemeint? Zweite Zeile, dritte Spalte höre ich hier. Genau, gucken wir mal. x3, x2, x3 den Wert 0, x2 den Wert 1, x1 den Wert 1, x0 den Wert 1. Genau richtig. Das heißt, das würde ich hier eintragen. Und das ist das, was ich als erstes mache, dass ich einmal alles durchgehe, für alle Variablenbelegungen das übertrage. Und das werdet ihr zur Genüge noch anderweitig tun, deswegen fülle ich das hier kurz aus. Und das ist das, was ich jetzt noch anderweitig tun. Und jetzt sollen wir minimieren. Es wird schon gesagt, dass wir für die Minimierung Schleifen bilden sollen. DNF. Wisst ihr, worüber ich Schleifen bilde bei der DNF? Desjunktive Normalformen. Wisst ihr, worüber ich Schleifen bilde? Irgendwas. Wenn ihr es nicht wisst, ist auch okay, dann schreibt mir einfach ein Nein, aber sonst gerne auch eine Vermutung. Ah, okay. Nochmal eine Nachfrage zu den Zahlen, die ich hier verteilt habe. Ich habe jetzt einfach nur diese ganze Spalte F genommen und geguckt, die einzelne Variablenbelegung, wo ich die eintrage. Also im Endeffekt ist jetzt die Spalte F hier drin gelandet. Und genauso wie das, was du eben für die Zeile hier gesagt hattest, wo die 1 hingehört, da habe ich auch die anderen eingetragen. Ich habe einfach nur die Spalte F übertragen, damit wir jetzt nicht alles durchgehen. Das hat relativ lange gedauert, wenn wir das alles einzeln abfragen. Und ich glaube, das brauche ich nicht. Deswegen war mir nur wichtig, dass ihr verstanden habt, wie ich von einer Variablenbelegung dazu komme, wo ich dann den Ausgang F, das Ausgangsergebnis, in welches Feld genau eintrage. Das muss ich einfach für alle 16 Variablenbelegungen tun. Ich hoffe, das klärt das so ein bisschen auf. Bei der DNF, also Schleifen bilden heißt, dass ich über, ja im Endeffekt Min oder Max Terme das mache, aber das, also im Endeffekt nehme ich hier drin Einsen oder Nullen und bilde Schleifen drüber. Bei der DNF, der disjunktiven Normalform, bilde ich Schleifen über Einsen. Die Schleifen sollen möglichst groß sein. Schleifen dürfen auch, weil die Felder quasi links raus und rechts wieder reingehen, also dass er so ein bisschen wie so ein Endlosband ist, dürfte da auch irgendwo rein und wieder raus gehen. Aber es muss die Größe von Zweierpotenzen eingehalten werden. Das heißt, es gibt bestimmte Schleifengrößen, die ich dann eben nicht so einfach gut machen kann. Ich würde zum Beispiel gerne sagen, hier diese sechs Einsen, das wäre eine schöne große Schleife, also rechteckig angeordnet, ist aber keine Zweierpotenz, also darf ich nur maximal vier in eine Schleife setzen. Das heißt, ich kann sagen, ich nehme diese vier hier, und setze sie in eine Schleife. Damit habe ich diese vier Einsen schon mal abgedeckt. Die Herausforderung ist jetzt, dass ich möglichst viele von diesen großen Schleifen bilde und am Ende alle Einsen für die DNF in irgendeiner Schleife auftauchen. Die kleinste Schleife ist übrigens eine einzelne Eins. Und wichtig ist dabei auch noch zu wissen, dass ich Einsen mehrfach benutzen darf, wenn es mir hilft, eine bessere, größere Schleife zu machen. Habt ihr eine Idee, welche Einsen ich zusammenfassen könnte, um eine große Schleife zu bilden noch, um jetzt noch weitere Einsen damit mit unterzubringen? Die vier in der Mitte, ja, genau. Die wären nicht größer, aber es ist ja trotzdem so, wir wollen möglichst große Schleifen bilden. Größere gibt es halt nicht, aber wir wollen auch schauen, dass wir alle Einsen unterbringen. Ich könnte jetzt einfach nur sagen, ich mache hier so klein. Das wäre ein Zweierfeld. Aber ich hatte ja auch gesagt, ich darf Einsen wiederverwenden und deswegen mache ich die Schleife überlappend mit der anderen Schleife. Dadurch ist meine Schleife erst mal größer. Und ich habe insgesamt jetzt schon sechs von den sieben Einsen abgedeckt. Geht halt nicht größer. Das passt halt nicht. Eine Schleife fehlt uns noch. Seht ihr welche? Ja. Die letzte Eins. Ja, ich habe hier noch eine Eins. Ich könnte die für sich in eine Schleife setzen. Könnt ihr sehen, wie ich die aber in eine größere Schleife setze? Wieder unter dem Gesichtspunkt, dass ich Einsen wiederverwenden darf. Ja, mit der Eins daneben. Ja. Warum mache ich das nicht so, dass ich die ganze, genau richtig, die zweite Zeile einfach nehme? Darf alle wiederverwenden, sprich nichts gegen. Und dann nehme ich die ganze Zeile. Das ist so die größte Schleife, die ich machen kann, wo diese Eins dann auch drin ist. Damit habe ich alle Einsen in irgendeiner Schleife drin. Und daraus kann ich jetzt Terme ablesen. Wie funktioniert das jetzt? Fangen wir an mit der grünen Schleife. Der Term für die grüne Schleife. Ich muss gucken. Wie sehen meine Variablenbelegungen aus? Also, für die grüne Schleife habe ich X3 drin mit Werten von 0 und mit 1. Ja, also wenn X3 0 ist, dann kann das hier irgendwo eine 1 geben. Wenn eine X1 1 ist, kann das irgendwie hier eine 1 geben. Dadurch, dass ich also 0 und 1 hier jeweils dabei habe, lasse ich X3 in der DNF, die ich aufschreibe, weg. Und dann kann ich das Der Unterschied wird hoffentlich jetzt gleich klar, wenn ich sage, wie ist das bei X2. Bei X2 sehe ich, dass ich einmal hier ist eine 1 und da ist eine 1. Das heißt, bei allen Einsen in meiner Schleife hat X2, die Variable X2, immer den Wert 1. Ist X2 also immer wahr? Das heißt, ich brauche immer X2 als Wert wahr in meiner DNF, um diese Schleife, die grüne Schleife hier zu beschreiben, die rechte. Ich gucke mir an, wie ist das oben mit X1 und X0. Ich sehe bei X1 gilt für die Einsen, der Wert ist 1, immer. Das heißt, ich schreibe auch den dazu, den brauche ich wohl auch, immer mit X1 ist wahr. Und bei X0 ist, ja, das kann zu einer 1 hier unten werden, wenn X01 ist, aber auch wenn X00 ist. Okay, also gibt es da nichts Eindeutiges, kann immer alles sein, das heißt, X0 wird auch weggelassen. Also nochmal zu rekapitulieren, wenn bei der Variablen sowohl die Variable Belegung 0 als auch 1 dazu führt, dass ich in der Schleife ankomme, lasse ich die Variable weg. Wenn ich eine eindeutige Belegung habe, wie eine 1, oder auch eine 0, was wir gerade noch nicht haben, dann trage ich das ein, als entweder, ja, dann trage ich das entsprechend ein. Bei einer 1 trage ich das ein, als der Wert es war. Dann muss ich natürlich noch gucken, es ist eine DNF, jetzt überlegen wir nochmal zurück, wie war DNF? DNF war durch oder verknüpfte Terme, die aber selber intern mit einem und verknüpft sind. Das und kann ich weglassen, weil es ja stärker bindet. Das heißt, ich habe x2 und x1 als Beschreibung für meine Schleife hier. Das beschreibt genau die Wahrheitswerte, die dahin führen können. Wenn ich mir in der Tabelle das angucke, heißt das, immer da, wo x2 war ist und x1 war ist, muss ich wahrscheinlich hier irgendwie rechts bei einer 1 landen, bei f. Gucken wir mal. Okay, hier, beides war und am Ende f ist auch wahr. Hier, beides war, f ist auch wahr. Hier haben wir das nochmal und hier haben wir es nochmal und da sind unsere anderen beiden Einsen. Das heißt, die Beschreibung scheint gut zu stimmen, denn immer, wenn das nicht stimmt, dass beides wahr ist, x2 und x1, dann sind wir an irgendwelchen anderen Stellen. Da kann eine 1 sein, da kann eine 0 sein, das ist aber egal für uns. Wichtig ist, da die Stellen, die wir beschreiben, da ist dann immer eine 1. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall diese Schleife gut beschrieben. Zweites haben wir, das zweite haben wir diese blaue Schleife und jetzt dürft ihr euch mal dran versuchen. was schreibe ich hier für x3 bzw. x2 für die blaue Schleife, was meint ihr? Was schreibe ich da an Variablen hier in meine DNF-Formel? Genau, das ist x2, habe ich schon richtig erkannt, also x3 haben wir mit 0 und 1 drin, interessiert uns nicht, dann fällt weg, x2 hat immer den Wert 1, ist also wahr, das heißt, das behalten wir, und dann gucken wir oben, x1 ist mit 0 und 1 drin, okay, lassen wir weg, x0, immer den Wert 1 immer wahr, das heißt, wir haben hier ein oder x2, x0. Wenn wir das hier angucken, immer wenn x2 und x0 1 ist, das ist hier, dann haben wir auch eine 1 am Ende, wo haben wir das noch, ah ja, hier haben wir das auch, da sehen wir, das ist die erste überlappende, eine der überlappenden, dann haben wir das hier und hier. Und damit haben wir schon ein paar mehr von den Einsen hier rechts in der F-Spalte abgedeckt und wir sehen, es fehlt uns eigentlich nur noch genau die eine 1 hier oben und das war ja auch das, was wir hier vorhin mit den Schleifen hatten, wo uns dann noch die eine 1 fehlte. Das heißt, es fehlt uns noch die große Schleife, was heißt große? Große sind alle gleich groß in dem Fall, 4 mal 4, äh, 4 mal 4, 4 Felder. Könnt ihr mir sagen, was ich für die rote Schleife schreiben muss? Was ist die rote Schleife? Ja, ich brauche x2, das ist richtig, dadurch, dass ich das hier nur eine Zeile habe und ich habe hier aber auch irgendwie x3 relevant, weil der auch nur einer der beiden Werte ist, ist ja nicht 0 und 1 drin, ist ja nur 0 drin, so, wenn 0 drin ist, das heißt, x3 muss immer den Wert nicht wahr haben, das heißt, ich habe hier nicht x3 drin an der Stelle und das heißt, ich komme hier für links auf nicht x3, x2 und wenn ich oben gucke, naja, x1 habe ich 0 und 1 drin, x0 habe ich 1 und 0 irgendwie drin, alles gemischt, das brauche ich weg nicht, das fällt alles weg. Das ist genau das, was ich an der Stelle tue. Genau, deswegen, möglichst große Schleifen, was wäre denn die Optik, was wäre denn, was wäre jetzt ein Feld, wo wir uns eine 1 drin wünschen würden, um eine größere Schleife ziehen zu können, als die, die wir bisher gezogen haben? Welches Feld hat uns geärgert, dass da keine 1 drin ist, obwohl wir gerne eine 1 drin gehabt hätten? 1, 1, 0, 0, genau, dieses Feld hier, ja, das ist irgendwie total fies, hier hätten wir gerne eine 1 drin gehabt, und dann könnten wir nämlich sagen, wir machen hier so eine ganz, 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 ganz große Schleife. Ja, das ist das, worum es in Aufgabenteil C geht, wo ihr Nullen durch Don't Cares ersetzen könnt. Don't Cares, Don't Cares ist heißt hier Sternchen. Und Sternchen heißt, ja, wir dürfen es ignorieren. Wir können es mit reinnehmen, wir können es draußen lassen, und wenn wir genau dieses Feld durch den Don't Cares ersetzen, dann dürfen wir es reinnehmen, und würden damit eine größere Schleife ziehen. Und in dem Fall, würde dann die Beschreibung unserer DNF nicht mehr so aussehen wie oben. Sondern, das hier oben, x1, x0 fällt alles weg, x3 fällt alles weg, es endet dann nur noch auf x2. Macht es alles viel einfacher. Warum eigentlich dieser ganze Aufwand? Es geht darum, Hardware-Minimierung auch betreiben zu können, und wenn wir hier oben minimieren, ist schon mal gut, da sehen wir, dass wir Hardware bauen können aus x3 und Gattern, 2 oder Gattern. Wenn wir uns das aber anschauen, dass wir etwas vielleicht mit dem Don't Care ersetzen könnten, würde es bedeuten, dass wir eigentlich nur noch hier ein x2 brauchen, um diese Funktion zu berechnen. So, und dann lohnt es sich, genau darauf zu gucken, was war das? 1, 1, 1, 0, 0. Dann lohnt es sich, genau darauf zu gucken, ob dieser Wert überhaupt für uns relevant ist. Es kann nämlich sein, dass wir eine Funktion bauen würden, die unterschiedliche Ausgänge hat, die dadurch unterschiedlich reagiert, und, was sagen wir mal, Steuerung für irgendeine Anlage, Steuerung, vielleicht kommen wir noch dazu, Steuerung für einen Fahrstuhl. Dann brauche ich ja sowas, je nachdem, wie die Eingänge sind, in welchen Stockwerken gedrückt wurde, oder nicht, mache ich vielleicht bestimmte Sachen, dass dann der hochfährt, runterfährt, was auch immer, was auch immer unser F dann bedeutet. Und dann sage ich vielleicht, naja, eigentlich brauche ich für meine Steuerungsanlage nur acht Zustände hier, und entsprechende Ausgaben, und ich mache das alles damit. Und dann kann ich sagen, alles hier unten, ja, ist mir doch egal, was hier als Ergebnis rauskommt. Ja, also da kommt das dann so ein bisschen her, dass ich dann sagen könnte, hey, vielleicht gucke ich an, ob ich bestimmte Variablebelegungen, ob ich das umgehen kann, ob ich das anders bauen kann, damit ich meine Schaltung minimiere und kleiner kriege. Gut, es gibt das natürlich nicht nur als DNF, DNF, es gibt das Ganze noch als KNF, und für die KNF. Gehen wir nochmal zurück, ach, da habe ich auch mal irgendwie falsch noch beschrieben. Für die KNF müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Also, was haben wir bei der DNF eben gemacht? Bei der DNF haben wir Einsen in Schleifen gesetzt. Für die KNF, was müssen wir dann vielleicht tun? Wenn wir nicht Einsen in Schleifen setzen. Da müssen wir Nullen in Schleifen setzen. Richtig. Seht ihr hier irgendwie eine Schleife, die wir machen können? Eine schöne. Eine möglichst große Schleife, die wir bilden können. Ich erinnere da dran, wenn es unten oder oben raus geht, oder links oder rechts raus geht, kommt es auf der gegenüberliegenden Seite wieder rein. Das dürfen wir mit Schleifen mitnutzen. Eine große Schleife, die wir hier bilden können. In der Größe einer Zweierpotenz. Irgendein Vorschlag. Sonst nehme ich auch eine kleine Schleife. Zeile 1 plus 4. Genau. Das können wir machen. Wir haben hier Zeile 1. Und dadurch, dass das hier von oben raus wieder unten rein geht, kann ich das verbinden und habe dann Zeile 1 und 4. Und dann fehlt uns natürlich nur noch hier diese eine kleine 0. Da können wir nicht so viel machen. Die können wir einfach mit einem anderen verbinden und kommen dann da hin. So, bei der KNF müssen wir jetzt aufpassen, wie wir es aufschreiben. Wir gucken auch wieder auf die Variablenbelegung und wir sehen hier, dass bei x3, also für die grüne Schleife, x3 0 und 1 hat, fällt also weg. Wir sehen, dass x1 den Wert 0 und 1 mit drin hat und x0 den Wert 0 und 1 mit drin hat. Das heißt, wir müssen nur auf x2 gucken an der Stelle. x2 hat den Wert 0. Bei der DNF hätten wir jetzt für x2 gesagt, okay, das ist also x2 negiert. Die KNF ist aber so, dass wir da den Term noch einmal, weil wir ja nicht 1 sind, sondern 0 aufschreiben, einmal negieren müssen und das heißt, wir nehmen das, was wir hier sehen, also x2 wäre 0, also nicht x2, das Ganze nochmal negiert, ist dann einfach x2. Das heißt, unsere grüne Schleife hat den Wert x2. Ich hoffe, ihr habt das halbwegs verstehen können, denn gucken wir jetzt mal, was bedeutet das denn für unsere blaue Schleife? Ich habe hier für x3 habe ich 1 stehen. Was muss ich jetzt für x3, für die Variable x3 in meinen Term schreiben? Ich habe da nur die 1 drin, also ich muss auf jeden Fall den Term x3, die Variable x3 in den Term schreiben, aber wie rum jetzt? Genau, x3 ist negiert. Also eben in der DNF hätte ich einfach nur x3 geschrieben, aber weil ich jetzt Nullen zusammenfasse, negiere ich den. Und ansonsten ist hier noch x1, x0, das ist hier jeweils mit 0 drin, also ist das in dem Fall als Wert war als 0, als der Wert selber drin, x1, x0. Und wir sind bei KNF, wir erinnern uns auch, wie die sind, die haben in den Termen oder Verknüpfung, das heißt, wir haben nicht x3 oder x1 oder x0 und das Ganze ist unverknüpft mit dem x2. Gut. Das dazu an der Stelle. Damit kriegt ihr also aus einer Funktionstabelle, aus einer Wahrheitstabelle, die Werte in ein KV-Diagramm, kriegt die durch Schleifen minimiert, achtet also darauf, möglichst große Schleifen zu machen, Zweierpotenzen, also eine Sechser-Schleife ist nicht erlaubt, nur 2, 4, 8 oder 16, theoretisch auch größer, bei größeren KV-Diagrammen. Und dann achtet darauf, ob ihr gerade KNF oder DNF schreiben sollt, je nachdem, bei DNF Einsen kreisen, bei KNF Nullen kreisen und bei KNF den Wert einmal invertieren oder nochmal negieren. Wenn ihr jetzt eine Ried-Maler-Form daraus machen sollt, das reiße ich jetzt nur ganz, ganz kurz an, damit wir noch mal wenigstens die Bäume noch mal kriegen. Dazu gibt es relativ gut was in Folie 475 folgende. Im Endeffekt braucht ihr für die Ried-Maler-Form die, wie heißt das so schön, die Transformationsmatrix. und die Transformationsmatrix wird dann multipliziert mit euren Ausgängen. Also das, was in der Funktionstabelle als Ausgang kommt. Genau, guckt euch einmal noch mal an, wo die Transformationsmatrix herkommt. Wie gesagt, Folie 475 folgende. Dann solltet ihr da zumindest auch eine Chance haben. Zum Thema Matriz-Multiplikation hatte ich letztes Mal ja einmal noch mal verlinkt, wo ich einmal da ein bisschen was beschrieben habe, für die, die sich damit noch nicht so recht wohl gefühlt haben. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns heute noch das Thema Bäume an. So einmal kurz hier umschalten. Wir kennen, oder ihr kennt vielleicht Binärbäume. Binärbäume ist ein, ich habe, ich habe eine, irgendwie eine Wurzel, falschen Ebene, ich habe eine Wurzel, davon geht es nach links, rechts, ab, dann geht das hier wieder links, rechts, ab und hier wieder und hier wieder. Also es teilt sich halt von einem Ast immer in zwei weitere auf, bis dann irgendwo die Blätter unten sind. Das ist ein einfacher Binärbaum. Und da man das auch als Entscheidungsbaum bezeichnen kann, gibt es dann eben den Begriff Binary Decision Diagram. Soweit alles schön und gut. In der Hausaufgabe sollen wir aber einen gegebenen Binary Decision Diagram, einen BDD-Baum nehmen und daraus einen Reduced Ordered BDD machen, also ein R-O-B-D-D. Dafür gibt es einige Sachen, die man machen kann. Ein paar Regeln quasi, die man sich anschauen sollte. Und zwar, wenn wir sowas haben, wie wir haben x0 als Wurzelknoten, wir haben x1 auf der einen Seite und haben da die Blätter nochmal dran mit dem Wert 1 und dem Wert, das Wert 0 und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal ein x1 mit den Werten 0 und 1. Also genau einmal umgekehrt. Das heißt, wir haben hier zwischendurch die gleiche Variable, nämlich x1 und wir haben auf der anderen Seite, aber wir haben einmal, dass wir von x1 über 0 zu 1 gehen und einmal haben wir das, dass wir über 1 zu 1 gehen. Dann können wir das Ganze auch kreuzweise eintragen, dass wir weniger Blätter haben. Das hieße, ich würde meinen x0 haben. Punktet ist jetzt hier die 0. Habe meinen Knoten x1 einmal hier, habe meinen Knoten x1 einmal da, reduziere aber meine Blätter. Ich habe einmal die 1 und ich habe einmal die 0. So, und was hatten wir hier? Ich bin hier gepunktet zu der 1 gekommen und ich bin hier bei, mit dem Wert 1 bin ich zur 0 gekommen. Und hier bei dem rechten x1 war das, dass ich bei dem Wert 0 zur 0 gekommen bin und bei dem Wert 1 zur 1 gekommen bin. Auf die Art und Weise hätte ich also schon mal zwei Blätter eingekürzt. Das ist eine der Umformungen, die ich machen kann oder auch muss dann für ein ROBDD, weil ich halt, im Endeffekt soll ich halt unnötiges da loswerden. Was gibt es noch an Unnötigkeiten? Ich kann das haben, dass ich x1 und, na gut, meinetwegen nochmal x1 hier habe, das Ganze zu x2 führt. Und von x2 wiederum es zu, meinetwegen x3 geht. Und zwar einmal über den Weg, dass ich von x2 dann den Wert, wenn x2 den Wert 0 hat, zu x3 komme, aber auch, wenn x2 den Wert 1 hat, zu x3 komme. Ja, und dann seht ihr vielleicht schon, dann ist ja eigentlich, was soll ich denn mich überhaupt um das x2 kümmern, weil in jedem Fall werde ich hier auf diesen Wert x3 kommen. Und das ist deswegen das, was auch hier rausgelassen werden kann. Dann würde ich von den x1en direkt nur noch auf x3 gehen und x2 aus dem Baum rauskürzen. Gut, das ist die zweite Regel, oder was heißt die zweite Regel, die zweite Umformung. Das sollte uns dann nämlich relativ viel helfen, wenn wir Bäume umformen. Etwas komplexer. Ich muss gerade mal gucken, haben wir damit alle schon so weit abgedeckt. Ich glaube, wir fangen damit erstmal an. Nehmen wir uns also so einen ro, b, d, d, der zum Beispiel so aussieht, äh, ein b, d, d, das ist ja erstmal ein binärer Baum. Ich habe hier oben x0, das kann dann zu x1 gehen, dann zu x3, ich habe verschiedene Blätter an dem Ganzen. seht ihr vielleicht schon an irgendeiner Stelle etwas, wo wir Überflüssigkeiten in dem Baum haben, die wir rausnehmen können, wo wir was verkürzen können, wo wir den Baum dadurch kleiner machen können. Also ich habe hier x0, x1, x2, x3 und hier ist auch x3. Die führen jeweils zu den Blättern 1, 1, 1, 1, 1 und 0. Also denkt dran, wir gucken hier zum Beispiel danach, ob es irgendwas gibt, wo es egal ist, dass wir eine Zwischenfahrt haben und am Ende beim Gleichen ankommen. Seht ihr etwas, wo wir einen Pfad lang laufen und dann zwischendurch eigentlich gar keine Fallunterscheidung machen müssten? Ah, okay, genau, man kommt, ja nicht ganz überall, weil ganz hier rechts ist eine 0, aber man kommt an vielen Stellen bei 1 an. Richtig. Und zwar ist dieses x3 mit den Blättern 1 und 1 hier etwas, was auf dem rechten Teilbaum, aber auch sogar hier auch im linken Teilbaum vorkommt und wir überhaupt nicht brauchen, weil, was soll ich mich mit um x3 beschäftigen? Es kommt im Endeffekt immer ein 1 raus. Das heißt, ich würde das Ganze einmal nehmen und hätte dann mein x0. führt auf der linken Seite zu x1 noch, auf der rechten zu x2 und statt hier unten noch über x3 zu laufen, ganz links, kann ich dann auch gleich sagen, hey, ich komme direkt zum Blatt 1, weil da komme ich so oder so immer an. Hier rechts hatte ich ja sowieso schon die 1. Bei x2 das gleiche. Statt dem Weg über x3 gehe ich dann direkt zum Blatt mit 1 und auf dem zweiten Pfad von x2, wenn x2 den Wert 1 hat, da komme ich dann halt zu einem Blatt mit dem Wert 0. Gut. Und dann? Was meint ihr, was können wir als nächstes tun? Ja. Genau, die x1 kann ich auch kürzen zu einem Blatt, weil das ist ja auch hier wieder, beide Male geht das irgendwie zu 1 weiter. Also, in dem Fall sind das immer Blätter, wo wir dann darauf kommen. Es hätte eben ja auch sein können, wie in dem Beispiel eben davor, dass wir Knoten dadurch rausnehmen. Das heißt, wir haben unsere Wurzel x0, die bei 0 zu einer 1 wird. Bei einer 1 geht das zu x2 mit den Blättern 1 und 0. Ok. Dann seht ihr hier noch einen Schritt, den wir machen könnten, um nochmal wieder den Baum kleiner zu machen und etwas zu sparen. eine Kleinigkeit können wir ja noch machen. x2 und die anhängende 1 kürzen. Ja, richtiger Gedanke schon. Irgendwie brauchen wir das aber schon den Weg, dass wir sagen, was macht ja einen Unterschied bei x2, ob wir 0 oder 1 haben. Aber was wir sehen ist, dass wir hier, naja, wir haben hier mehrere Blätter, die den Wert 1 haben. Und es gibt keinen wirklichen Sinn, warum wir mehrere Blätter behalten. Das heißt, das würden wir nämlich auch nochmal zusammenfassen, sofern es halt eben geht bei einem ROBDD, dass wir sagen, ich kann ja hier von x0 starten und dann habe ich hier mein x2 und was einmal zu dem Blatt 0 geht aber auch einmal zum Blatt 1 und zu dem Blatt 1 kommen wir aber auch von x0 bei dem Wert 0 und ihr seht, das sieht jetzt schon gar nicht mehr so richtig wie ein Baum aus, vor allem so ein Binärbaum, deswegen nennt sich es ja auch Reduced Ordered BDD Genau, dass wir da so ein bisschen dann durch sind. Genau, das also zu den Verkürzungen, ihr müsst eben gucken, wie wir die kleiner kriegen. Warte einmal gucken, dass das haben wir Ja, das sollte glaube ich an der Stelle reichen, wenn ich nichts vergessen habe. Daraus soll dann als nächstes eine Funktionstabelle gemacht werden und Funktionstabelle Die Funktionstabelle hierfür, welche Beschriftung, welche Spaltenbeschriftung hätte die Funktionstabelle hierfür? Was meint ihr? Funktionstabelle war ja diese große mit den ganzen vielen Nullen und Einsen Was muss ich bei der Funktionstabelle berücksichtigen? Was kommt in die Funktionstabelle rein? Was steht über den Werten einer Funktionstabelle? Gehen wir uns mal zurück, wie sieht denn das hier aus? Machen wir so schöne Tabelle hier Gucken wir mal hier, was haben wir hier drin? x3, x2, x1, x0 Das sind die Variablen oder die Eingänge und dann ein f Genau das gleiche haben wir auch bei einem BDD Wir haben ja hier quasi Variablen, die dann unterschiedliche Entscheidungen führen und wir müssen gucken, also auch wenn wir das Ganze kürzen Es ist wie mit einer Minimierung Im Endeffekt haben wir eine Minimierung gerade gemacht dadurch, dass wir auf ein ROBDD gegangen sind Im Endeffekt haben wir sowas wie das x2 hier Das heißt aber nicht, dass wir irgendwas aus der Funktionstabelle auslassen dürfen schon Die Funktionstabelle ist tatsächlich immer eine vollständige Tabelle mit allen Eingangsvariablen und für den ROBDD heißt es wir haben x3, x2, x1 und x0 an Eingangsvariablen also wir haben vier Variablen könnte ja auch einer sein mit rein und wir müssen auch gucken vor allem dass nur der kleine Tipp achtet darauf ob eventuell eine Eingangsvariable nur implizit steht also wenn beschrieben steht, dass eine Funktion aus bestimmten Variablen besteht dann muss in der Funktionstabelle auch alles an Variablen auftauchen selbst wenn im Baum dann irgendwie nur ein Teil davon da ist wir schreiben alle Variablen auf die zu der Funktion gehören selbst wenn wir im Baum nur ein Teil benutzen dann hätten wir x3, x2, x1 x0 und f als Ausgang und würden hier halt eben das Ganze einmal ausfüllen binär hochzählen 0, 0, 0, 0, 0 und so weiter 0, 0, 0, 0, 1 und eben gucken welchen Ausgang bedeutet das was haben wir hier bei x0 wenn x0 den Wert 0 hat dann kommen wir zu einer 1 kann ich eintragen wenn x0 den Wert 1 hat ja da muss ich mir x2 angucken ah x2 hat 0 dann bin ich doch wieder bei einer 1 also schreibe ich auch hier eine 1 ein und dann das dritte hier 1, 0 ja gut da habe ich wieder x0 hier das ist dann das wie ihr das einmal aus dem Baum ablest die konjunktive Minimalform mit schleifen und minimieren das danach aus Teil c das haben wir ja eben schon gemacht das kennt ihr dann auch genau Thema KV Diagramme wird immer wieder mal sich durchziehen an verschiedene Stellen werden wir sicherlich die nächsten Wochen auch noch ein paar mal immer wieder haben und es ist einer der großen Basisdinge die ihr für die Klausur auf jeden Fall auch braucht und wird halt unterschiedlich eingesetzt genau und das ist es dann glaube ich an der Stelle tut mir leid dass es ein bisschen länger war sind sehr viele Themen in das Aufgabenblatt reingekommen dass das leider auch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich hoffe dass ihr zumindest dann in den Hausaufgaben die Zeit dann entsprechend sparen könnt weil wir es entsprechend vorbereitet haben und vielleicht ist Andreas nächste Woche dann etwas netter und hat ein etwas weniger umfangreiches Aufgabenblatt für uns zumindest fürs Tutorium ich hoffe ja dann habt ihr trotzdem eine schöne Woche und wünsche euch einen schönen Abend und dann habe das ist das ist das habe das und ich das Vielen Dank.